Da ist ein Picklinbrood. Mehrere, mehrere, scheiße, 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 scheiße. Okay, das war nicht gut. Wo ist der Picklinbrood von eben? Der ist zum Glück nicht mehr da. Doch, da ist er. Da hinten. Da. Nee, das ist ein normaler. Da ist wieder einer. Da ist er. Schon wieder tot, Alter. Das gibt es doch nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ach, moin, Zockerkriech. Grüß dich. Da. Da steht er. Da steht die Sau. Weg ist er. Weg ist er. Okay, gut. Der hat meine Sachen an. Der hat auch was von mir. Die haben alle was von mir, Alter. Kommt ihr klar, ey? Kommt ihr eigentlich klar? Noch ein Picklinbrood. Der muss weg. Oh Gott, scheiße, ich habe nur noch ein halbes Herz. Ja, wehe, da ist kein Pickstep drin. Für den Kampf habe ich mir jetzt aber auch eigentlich Pickstep verdient. Mann, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Wo ist dieses, wo sind die ganzen Picksteps hin? Sind die alle gefressen oder was? Ist gar nicht gut eigentlich. Aber erst mal. Aua. Oh, scheiße. Aua. Oh, scheiße. Oh, nein. Oh, nee, Alter. Jetzt noch zum Ende. Oh, nö. Oh, nö. Och, nö, Leute. Nicht echt jetzt, ey. Das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Oh, Mann. Weißt du, hast du keine Rüstung an gerade. Oh, das war auch wieder so dumm, ey. Weißt du? Keine Rüstung an. Und dann stehst du da. Richtig doof, ey. So richtig blöd. So richtig blöd.